Meine sehr verehrten Damen und Herren, was ist Ihnen heilig? Ihre Arbeit? Ihre Familie? Oder ist Ihnen Ihr Urlaub heilig? Oder kommt das Wort heilig in Ihrem Vokabular eigentlich gar nicht mehr vor, außer es handelt sich um den berühmten heiligen Strohsack? Hängt dem Wort schon so viel Esoterik an, dass es heutzutage bereits aus der Mode gekommen ist, weil jemand, dem alles heilig ist, über den Boden, ja über allen Dingen zu schweben scheint und sich allen anderen überlegen fühlt, gleichzeitig aber vielleicht handlungsunfähig ist. Oder weil diesen Begriff das Religiöse schlechthin anhaftet. Andersherum gefragt, was denken wir über jemanden, dem nichts heilig ist? Einer solchen Person scheint etwas Übergeordnetes im Leben zu fehlen, etwas, das über sich selbst hinaus scheint, positiv abfärbt und vielleicht zu etwas Gutem oder gar Höherem ermuntert. Nur, was kann dieses Übergeordnete im Leben, das zum Gutem oder Höherem ermunternd sein? Meine Damen und Herren, wir haben mit dem Neustadter Künstler Emil Walker und seiner neuen Werkschau Feuer und Flamme im Artshop, unterstützt durch den Rotary Club Neustadt, nicht nur das Glück, in seinen Werken Antworten auf diese Fragen zu finden, sondern auch ein beeindruckendes Angebot, was heilig ist oder sein kann, was uns im Innersten bewegen oder gar zusammenhalten könnte, was nicht verhandelbar zu sein scheint und wofür der Mensch unbedingt eintreten sollte. Schauen wir uns Emil Walkers Werke also einmal im Detail an, versuchen diesem übergeordneten Prinzip einmal nachzuspüren und beginnen mit der Malerei sowie Grafik. Im Zentrum der meisten Werke des studierten Künstlers und Leiters der Kunstschule Neustadt, die im Übrigen bald bereits ihr 20-jähriges Jubiläum feiert, steht die menschliche, vor allem die weibliche Figur in nahezu realistischer Darstellung, die grafisch akzentuiert, harmonisch, beinahe im musikalischen Rhythmus arrangiert. Dieser Eindruck entsteht aufgrund von mehreren Emil Walkers Werken inhärenten Charakteristika. Zum einen sind die durchaus plastisch, fast realistischen Figuren in seinen Werken vom planen, zweidimensional bleibenden Bildhintergrund losgelöst, der in der neuen Porträt-Reihe größtenteils sogar völlig unbearbeitet ist. Der Eindruck wird durch die stark konturierten Figuren des Vordergrunds noch verstärkt. Gleichzeitig spiegelt der Hintergrund, abstrahiert die figurative Szene des Vordergrunds wieder, indem fragmentarische Andeutungen von Jugendstil-Ornamenten, grafisch umgedeutet, Farben und Formen des Körpers, des Vordergrunds fortsetzen. Diese grafischen Fragmente sind jedoch keine bloße Zierde zur Füllung des Bildraums. Es sind als geometrische Formen und Linien belebte Facetten und Fortsetzungen von Energien, die die Figuren im Raum freigeben. Energien aufgrund ihres Temperaments, ob Kühle oder Hitze, Energien aufgrund ihrer Affekte oder Effekte, denen sie durch die Umwelt ausgeliefert sind. Dass gerade Letzteres nicht selten ist, dass Emil Walkers Figuren sich der Effekte ihrer Umwelt, genau genommen der Elemente Wasser, Feuer, Luft und Erde entgegentreten, sehen wir häufig in seinen Bildern. Gezielt verfolgt Emil Walkern Werken wie Frucht des Lebens, das Feuer oder das Licht, malerisch bis ins Detail, wie das jeweilige Element sich auf einem Körper auswirkt, um die Elemente auch für den Betrachter spürbar, erfahrbar zu machen und uns einen kleinen Einblick auf die tatsächliche Wirkung einer dargestellten Figur in einem Raum zu geben. Dadurch werden die Energiefragmente im Bildraum noch mehr bedeutungsschwer aufgeladen. Und da ist noch eine Eigenheit in Emil Walkers Werken zusätzlich. Seine Kunst ist nicht rein gegenständlich figurativ, sie ist voller Bedeutungen und Verweise. Betrachten wir uns zum Beispiel das in Acryl gemalte Werk Begegnung, so sehen wir auf den ersten Blick ein junges Mädchen am Petersburger Strand des finnischen Meerbusens, hinabblickend auf einen angeschwemmten Spielzeugpinguin. Irgendwo in der Ferne am Horizont die Andeutung des finnischen Festlandes, darüber ein märchenhaft regenbogenfarbener strahlender Himmel. Das Ungewöhnlichste dieser Szenerie sind die großen Schmetterlingsflügel, welche das Mädchen umgeschnallt hat in Steampunkmanie, die sich in etlichen weiteren Werken wiederfinden. Fortgesetzt werden die Linien der Flügel, in denen für Emil Walkers so charakteristischen grafischen Energielinien, die ihrerseits, würde man sie miteinander verbinden, im Ansatz der Flügel zusammenlaufen würden. Es wirkt fast so, als wäre das Mädchen just am Strand gelandet, um sich den Neueinkömmling genauer anzusehen. Nur, weswegen sollte das Mädchen überhaupt fliegen, fliegen wollen oder können? Wenn man sich Emil Walkers Werke genauer betrachtet, dann haben wir auffällig viele Figuren mit Flügeln, Flügelansätzen, Energiestreifen in Form von Flügel, eine Bildsymbolik, und zu zahlreichen Bildern der Grotik bis hin in die Renaissance, wie in Werken eines Simone Martini oder gar Botticelli häufig begegnen. Doch ist Emil Walkers Kunst alles andere als traditionell religiös. Er zeigt weltliche Themen, Menschen mitten aus unserer Welt gegriffen, wenn auch hier und da symbolische Andeutungen mit kleinen und doch vielsagenden Details entdeckt werden können, wie eben Flügel oder gar Aureolen. Diese Symbole setzen sich in seinen Branding Art Werken fort. Einer seit rund zehn Jahren selbst erarbeiteten Technik, bei der die herkömmliche Brandmalerei mit einem Bunsenbrenner, die Emil Walker bereits als Jugendlicher beherrscht, um den Einsatz von Acryl- und Ölfarben auf weichem Holz ergänzt werden. Betrachten wir uns also ein solches Werk wie beispielsweise Selin etwas näher. So sehen wir auch hier strahlen oder eben flügelförmig in weiches Holz eingebrannte grafische Elemente, die vom Rücken der dargestellten Figur nach außen wegführen. Die Figur wird so umrahmt und gleichzeitig auch erweitert. Und genau hier wie dort im Werk Bewegung treffen wir auf jenes übergeordnete Element in uns, das über sich selbst hinaus scheint und uns zu etwas Gutem und vielleicht sogar etwas Höherem ermuntert. Es ist der Drang und die Sehnsucht des Menschen nach innerer und äußerer Freiheit und Selbstverwirklichung der positiven Stärken. Es ist eine Sehnsucht, die sich in so vielen Werken von Emil Walker seiner Grafikmalerei und Branding Art in Form der Flügel und manchmal, wenn der Wille besonders stark ausgeprägt ist, in Form eines kleinen, aus der Renaissance erbten, kostbaren Details, einer Aureole, manifestiert und, wenn man so will, das Heilige in uns offenbart. Das Heilige in uns kann aber auch in kleinen, intimen Momenten ganz ohne Zeichen offenbar werden, wie beispielsweise in Emil Walkers Branding Art Serie Schlaf, die erschöpfte Mütter im Schlaf neben ihren Kindern in innigen Haltungen zeigen. Hier ergänzt er die reine Pyrographie durch kraftvolle Pinselstriche und gekonnt gesetzte Lichtakzente in Acryl oder Öl, die gerade die Vertrautheit und innere Stärke mittels einer frischen Farbpalette und leuchtenden Tönen akzentuiert, trotz des sensiblen Moments offenlegen. Und genau diese innere Stärke, die das Leben und die Lebhaftigkeit des menschlichen Körpers auf so vielfältigen Ebenen zeigt, macht die besondere Wirkkraft Emil Walkers Werke aus. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Emil Walkers als Künstler vielfältig und versteht es, uns über den bloßen Abbildungsaspekt hinaus zu zeigen, was den Menschen nicht nur als Objekt der Kunst, sondern als Subjekt im Leben so besonders macht, nämlich der ihm innewohnende Drang nach innerer sowie äußerer Freiheit. Damit verleiht er sowohl seinen Figuren als auch dem Menschen an sich ein dem bloßen Leben übergeordnetes Prinzip, das positiv abfärbt und uns zuguten vielleicht sogar etwas Höherem ermuntert. Lassen Sie sich davon anstecken, von Emil Walkers positiven Lebensprinzip und seinen positiv strahlenden Werken. Erforschen Sie all dies in seinen großartigen Grafiken sowie den außergewöhnlichen Branding-Art-Werken von heute an, den 13. bis zum 28. Januar im Artshop Neustadt. Nutzen Sie von Montag bis Mittwoch 11 bis 14 Uhr sowie samstags 15 bis 19 Uhr und sonntags 12 bis 19 Uhr die Gelegenheit und lassen Sie sich ein Porträt von sich anfertigen oder kommen Sie mit dem Künstler ins Gespräch und spüren auch Sie mit den Werken Emil Walkers nach, was für Sie eigentlich heilig ist. Dabei wünsche ich Ihnen viel Vergnügen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017